So, wohin müssen wir jetzt? Auf dem Precipice, um dich zu erinnern, ist das Sackerhump-Keep, oder? Ja, jetzt müssen wir wieder zu... Runes auf Rackhut-Keep-Inner-Kurten, oder? Ja, das, was du sagst. Sii. Si, si, Senor. Und schwupp. Ich kann das Ritual, wenn... Wenn du es alleine machen würdest, wäre es Dona. Bist du schon da? Äh, nee, Porte, Porte. Dann quatsch ich mit Dona an. Are we ready for this? Speaking for myself? Yes, I believe I am. Ready to attune the Soulstone, at least. As for what comes after. Capturing Lillard. Keeping her bound in the stone. We know how that's gone in the past. I have to believe it is up to us now. Not to the Prophecy, Inarius, or anyone else. So, dann wollen wir mal. This will be the day when I die. Nothing is wrong here. Nothing right about this place. Let's do this quickly. sieht doch alles vernünftig aus. Überall sind Skelette. Ist doch alles normal. Ein ganz normaler Dungeon. Wir haben so viel Verstärkung. Ich weiß jetzt nicht, gegen was wir kämpfen, aber eigentlich sollte es doch easy sein, oder? Black Tomb. So. Speak with Donan. We're all here. What happens now? We're all here, then... Follow with the second and fourth reversed. Oh, it's nice to see you agree on something. Focus. Let's begin. Creation done, Denise. Ready, this, Tom Higleyman. There. Do you feel that? What is it, which? Is it me? Hm, dachte ich mir. It's Elias. He's here. We have to... Loris, don't you dare leave. Ah, kill him myself. Er ist los. Oh oh. Warte, 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 warte. Hey, hey, hey. Die ist jetzt losgestürmt und die anderen beschwören jetzt, oder was? Und wir müssen jetzt ihr helfen, oder was? Ajax, wo bist du? Kannst du nicht reden, da hast du dich jetzt wieder gemutet absichtlich. What? Nein, ich hab glaube ich mit Lieschen nebenbei geschnackt und wollte sich dabei nicht stören. Wolltest du nicht stören? Och nö. Okay. Ganz ehrlich, der verschwindet doch gar nicht eh wieder. Nee, nee, diesmal nicht. Diesmal haben wir ihm seinen Finger weggenommen. Und für den nicht verbrannt? Ich hoffe einfach, dass es dein blauer Kreis. Mann jetzt jetzt wird drauf lang drauf Ist das deiner? Das ist meiner Ja, bleib einfach drin stehen Du bist ja hartgesotten, ey Er braucht schon Bewegung, ey Einfach mal drauf und da Ich kann das Das ist mir gedacht, das ist mir Also irgendwie, gefühlt, macht der keinen Schaden Wie ihm aber auch nicht Äh, wir haben super viel Schaden Ohm, mach dich klar Das war Nur hin Ja, siehst du dann Wäre es Dann wäre es ja doof Ja, deswegen meine ich Wenn wäre es vorteilhafter Das vorher zu machen Oh, guck mal, sieht nicht mehr so frisch aus Wie viele Mal müssen wir das tun, bevor du es lernen Mein Leben ist nicht deinem zu klammern Ich bin in den tiefsten Schaden des gesunkenen Tempels, Elias Oh, ich glaube jetzt hat er es gecheckt Das ist nicht sein Ernst, oder? Doch, ich sag ja, er ist schon wieder weg Was ist denn das für eine Papp Warte mal, hä, der hat was gedauert? Jetzt bin ich verwirrt Aber jetzt auch Also, dann passt aber deine Schlussfolgerung nicht Jedes Mal sind die tot Ja, das hat immer funktioniert Kann ich jetzt nichts dafür, dass die um 180 Grad sich drehen Wo ist die Diablo-Logik? Ja, aber echt jetzt? Also Du bist nirdo, wenn du Loot abwirfst Na, aber echt jetzt mal? Also, ne? Aber, also Also, hallo Ich, äh Hallo? Hi? Ja, das geht so, nicht? Ich bin mir auf, die Spieler so zu verwirren Vielleicht liegt er ja jetzt irgendwo tot Unterwegs verbietet wiegt sein Finger das Ja, genau Damit wir nicht gegen ihn kämpfen müssen Bin ich verwirrt Ja, ich bin auch hier Ich bin hier Was ist los? Wo ist Elias? Ich habe ihn in den Tunneln verloren Aber der Swarm hat ihn jetzt Okay, nicht sterben Roger Wir sind jetzt überrascht, ohne dich Hm Er ist noch alive Wo ist er? Am Ende des blöden Trails Diesen Weg Ja, aber der muss jetzt verreckt sein Weil er hat was gedroppt Der ist tot Also Oder kurz davor Oder er kriegt jetzt einen Gnaden Dings Ich weiß, was ich meine Ja, der muss einfach weg sein Der hat was gedroppt Das ist hier Ne? Also, das hat jetzt immer funktioniert Von der Logik her Also, jetzt Also Ne? Hallo Wir werden es ja gleich sehen Wenn er irgendwo herumliegt Ja, aber sowas von Ja, siehst du? Ja 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 Äh Ich bringe Lilith Immer sind die anderen schuld Was ist das wert? Was ist das wert? Das ist eine Wunderschön Das ist eine Lorath Es geht dir Es geht dir Von deinem freien Willen, du hast eine Oath an den Tree von Whisper. Das ist nicht die Leben, die ich bezahle. Der Tree hat keine Oaths verletzt, und es hat keine Schulden verletzt. Es ist Zeit, um zu lassen. Alter, was ist das für ein Vogel? Riesenvogel, der holt sich jetzt mal in den Kopf. Der muss mit aufgehangen werden, mit dem Deko. Was baust du mit dem Rest? Der bleibt da liegen, da bildet sich ein neuer Baum und so. Cool. Also Elias ist auch schon aus dem Weg geräumt. Was passiert jetzt? Oh. Huh? Ah. Ich höre lachen auf dem Wind. Elias' headhängt von der Tree of Whispers. Und deine Säule ist entzündet. Das ist woher ich dir. Dir? Wir gehen nach Lillith. Ich habe mir gedacht, dass du uns beherrn würdest. Ich weiß die Werte von deinen Reisen. Aber Lillith bleibt deine Frage. Ich bin da woanders. Ich bin da woanders. Das ist ein Vergnügen. Und... danke für das Teat. Ich bin da woanders. Ich bin da woanders. Ja. Du bist nicht so als ich. Du bist ja. Du bist ja. Ich bin da woanders. Da woanders. Ich bin da woanders. Lillith alleine? Elias never told us where to find her. But his head is on the Tree of Whispers. So the tree knows where Lilith is going. Lorath could ask, but he'll have to pay the price. What price? The same Elias paid. Eternity on the tree. Brother, no. Get to the tree now. Stop him! Mach den Donauern dafür Verrenkungen. Ach Gott. Sorcerer only. Frost Nova. Sehr gut. Nämlich. So, dann haben wir jetzt hier noch Thorns Intelligence. Unstoppable. Ach komm. Nehme ich jetzt auch noch. So, let's go zum Bäumchen. Let's go zum Bäumchen. I'm unstoppable. Oh man. Let's go to the tree. Tja. Wir kommen echt gut weiter irgendwie. Ja. Ja. Aber du Giganten im Quächt. Jetzt habe ich's gejinxt. Wo ist denn jetzt schon wieder der Weg, den wir gehen müssen? Mann. Was ist dann los mit der Navigation heute hier? Oh. Oh. Lord, what have you done? Lilith has been two steps ahead of us for far too long. The tree knew where to find her. I asked. Its answer was worth the price. Worth the price? You owe the tree your head. The day you die, you'll be taken to hang here with the others. And what? Did I need your permission? It's done. Put it aside. While we stand here in the mud, Lilith is on her way to absorb Mephisto's power. She has found a gateway to hell and she approaches with the key. Where is the gate, brother? Under Chaldeam. Surely there will be some resistance. None. The fools welcomed her in. It is up to us to stop her and imprison her in the Soulstorm. This is all that matters. And if Lilith has already passed through the gate? We follow her into hell. I will do everything in my power to get us there. The four of us alone? This is Lunacy. We are not Lunacy, child. duty. We will meet in Tarsirak to prepare. Pray we are not too late. I don't understand the joke. What? The strange thing. Knowing where you'll go when you die. One last damn mystery to worry about at least. Did I make the right choice? I did what I had to. We needed answers and we got them. Lilith was poised to storm the very gates of hell. Astaroth and the deal, Rathmer and the key. It had all been leading to this. This is the first place where we were together. Yes. When we were lost in the swamp in Aris and the cathedral were launching a campaign to strike at Lilith. Their battle would leave the world a wasteland. And whoever won would show no mercy to what was left. Our only hope was to reach Lilith before in Aris. But we couldn't have predicted what happened next. Oh yeah. Und jetzt bist du wieder weg. Ich bin immer noch da. Manch. Rare Helm. I'm not too late. Completed Act 5. Was ist denn? Warum leuchten wir so komisch? Ich weiß es nicht. Reward unlocked. Reward unlocked. So. Ähm. Die nächste Quest. Da unten hast du hier schon markiert. Let's go. Travel. Der Lorat wird irgendwann da an den Baum hängen. Weißt du also heimlich wirst du hier per Post verschickt. Jedes mal wenn du dieses fast travel machst. Kriegst du einen Schlag auf den Schädel oder wirst du einfach weggeschmitten. So funktioniert das also. Schon immer die Frage gestellt wie das funktioniert. Und warum leuchten wir? Ich sehe das nicht. Und wohin läufst du? Das ist die nächste Frage. Fragen über Fragen. Nerelle, woher sind die anderen? Lorath und Donen haben nach Chaldeum gegangen. Die Könige auf die Stadt. Und sie fühlten es besser zu folgen. Aber ich wollte für dich warten. Kann ich dir was fragen? Das ist etwas persönlich. Du weißt, du kannst. Hast du auch immer, dass nichts, was du machst, ist wichtig? Was? Das ist etwas, was ich möchte sagen. Sie nennen mich Heroin. Aber unterhalb, ich bin immer die gleiche Person, wie ich immer war. Powerful, sicher. Flawant, auch. Ich versuche. Aber mein Bestes ist nicht genug. Nicht für Jorin, nicht für deine Mutter. Ist es noch einfacher? Es kann. Mit einem guten Alli. Oh. Dankeschön. Dankeschön, dass ich ehrlich bin. Es hilft, zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Wir sollten gehen. Ich finde die anderen in Chaldeum. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Es ist nicht. Wöchst du nicht weiter mit dir sprechen? Achso, ich will nicht reparieren. Nein, ich will das. Warte gleich. Was? Ja, das kann nicht selten sein. Das kann nicht selten sein. Was? Das kann nicht selten sein. Was macht sie in diesem Haus? So. Ruby. Ruby's Cube. Ich will immer noch gerne wissen, warum ich leuchte. So. Gab es überhaupt noch was zu reden mit der Narelle? Du machst ja alle Dialogs, Sprünge oder nicht. Nee, 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 nee. Warte mal. Achso. Du stellst die Nightsmarche auf die Stadt. Es war nur eine Sache. Der Vater kommt in die Minderung. Narelle hat sicherlich zusammengefasst, dass Lilith das Hell-Keychen gefunden hat. Sie müssen die Nightsmarche hören. Sie sind so stolz auf die Hölle, wie sie ist. Die Showstone ist sicher. Stonin hat sie. Und wird deine Stimme immer piepsiger. Weiß nicht. Ich will nicht mehr mit ihr reden. Wenn wir die Stimme auf Lilith benutzen, haben wir nichts, um ihren Vater zu kämpfen. Es muss einen besseren Weg sein. Du hast ihn bereit für Kaldeen? Als bereit wie ich kann. Aber ich bin mir Angst, was wir finden. Du hast ihn bereit für Rhumbo? Die Asiedler ist zur Blut. Sie sind nicht hier, die niemanden zu retten. Es macht dich gote von dir, ob es ein Hitzer gibt, was bei dir... Nevermind. 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 so dass das nächste das heißt macht es nicht mehr sind dann nach den schad zu porten ich glaube nicht weil wir dann links drum laufen müssen nach oben ja ich weiß wenn man pferde hätte ja wenn man fährt sich ganz immer noch nie drück mal drück mal z also immer noch kein pferd auf dem punkt ist auf dem punkt die 60 prozent nicht bevor wir so jeden kleinen typ hier ja sehr gut jeder kleine dieb verdienten hieb